Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter und gleichzeitig auch der letzte Bad für diese Aufnahmesession. So, dann gehen wir es wieder an. Schauen wir, ob wir Glück haben und heil durchkommen. Ach, meine Nase rinnt. Na toll. Ähm, ja. So, dann gehen wir es wieder an. So, kein Hammer. Jawohl. Sehr, sehr gut. Das lief gut. So. Zack. Na, öffnen bitte. So, das machen wir mit. Schniff, meine Nase läuft. Schniff, schniff, schniff. Meine Nase läuft. Meine Nase. Meine Nase. Die Nase läuft mir fort. La, la, la. Wow. So, der ist einmal erledigt. Das ist sehr gut. Wenn wir den noch frei ausknipsen, dann haben wir Ruhe. So, ist gut. So, du blöde Hand. Wird schon. Und weg ist er. So. Na? Und weg ist er. Super. Und was haben wir da Schönes? Ja, den Krug hat man eh schon länger nicht mehr, glaube ich. Sehr gut. Zack, zack. Zack, zack. Ah. Zack, zack. Und die zwei Hampelmänner. Zack. Sehr gut. Da gibt es uns scheinbar nichts mehr. Ich schau mal da runter. Genau. Und dann hier rauf. Genau. Jetzt erst mal den Dostrum ausknipsen. Der ist nervig. Die machen auch kaputt. Prasst. Dann geht es hier weiter. Da haben wir glaube ich nichts. Dann gehen wir wieder weg. So. Dann gehen wir hier hin. Go. So. Sehr gut. Nix. Okay. Zack, zack. Oh, das war gut. Oh, es leckt. Oh. So. Wenn so viele Gegner in Zeitung sterben, ist es scheinbar nicht gut für das Spiel. Okay. Zack. Passt. Und weiter geht's. Jawohl. Und heute kann man. Ist das angenehm. Ja. Und weiter geht's. So. Aha, schlusser Bäschen. Passt. So. So. Na, weg die mit dir. So ist gut. So ist gut. Reich halt mal, wo ich noch die Steine noch drüber rollen kann, aber eh. So. Ein bisschen Platz hätten wir noch. Bevor es vorbei ist. Na. Passt. Gestorben ist er. Das ist wichtig. Oh, schade. Aber jetzt. Sehr, sehr gut. So, welchen Platz haben wir noch? Ein bisschen was. Können wir noch einen Gegner anschauen oder so? Also einen Raum, so muss ich sagen. Sehr gut. Wow, ist das eine goldene? Okay. Das ist eine goldene. Die ist echt was wert. Wow. Okay, das kommt aber weg. Wir müssen Platz machen, eindeutig. Das haben wir weg. Und das. So, dann müssen wir das gut positionieren. Alter, wie cool. Was hat das für einen Effekt? Sendet Gegenstand, gezeigt wird sofort in den Laden. Das ist cool. Das ist ja eine Kiste. Wenn wir mal so eine leere Kiste wiedersehen, können wir Sachen reinstecken. Die kommen dann direkt zum Laden. So wird das mit dem Einfreizeit sein. Okay, das müssen wir alles wissen. Wir sind voll. Ich glaube, das wird sich auszahlen, abzuhauen. So. Ja. Um abzuhauen. So. Aha. Das ist unglaublich. Unglaublich, echt. So. Ah, das ist ein anderes. Golementwürfe 1. Alte Golem-Lakaien-Entwürfe. Aha. Der Text ist zwar verblichen, aber er erscheint Instruktionen über das Erschaffen der lebendigen Statuen im Golem-Dungeon zu enthalten. Äh, nein. Ich wollte noch einen Preis geben. Da fange ich auch mal mit 3.000 an. Ähm. Da kann man noch einen dazugeben. Ähm, so. So. Ja. Und dann hier. Zum Ersten. Da mache ich noch schnell Tränke draus. Hm. Zum Zweiten. So. Geh mal schnell Tränke brauen. Damit die Helden auch was haben. Hallo. Ich hätte gern Tränke. Äh, ja. Danke. Tschüssi. So. So. Für den Fall, dass nämlich ein Held vorbeischaut, ne? Der Arme soll ja nicht leer ausgehen. So. Ähm. Ja, das tun wir bunkern. Das auch. Ähm. Ähm. Die beiden vielleicht auch. Oder? Lass mal so. Und sie ist am Öffne dich. Hallo. Guten Tag. Wir haben wieder die erlesensten Waren für sie. Achso. Sale. Hm. Kann man dann hier den Preis? Schaut nicht aus. Ach, da freut sich jemand. Gerne. Ah, das ist immer noch zu teuer. Das ist immer noch zu teuer. Probieren wir es mal mit 700. Okay, da ist er zu wenig. Hä? Wie kannst du für so einen Dreck noch so viel verleihen, du scheiß Händler? Und, ist schon besser? Nein, noch nicht. 700 ist auch noch zu viel. 500. Oh, ein Typ. Hab ich. Nix damit klauen. So. Hm. Den da. So, ich komme schon. Ich komme schon. Danke fürs Waren. Dankeschön. Ich komme schon. So, ich komme schon, ob ihr das nehmt. Na, dem ist das Buch scheinbar auch zu teuer noch. Schaut es so aus. Ich verdrück mich schon wieder. 20.000 Mal. Nehmen wir es mit einem Tausender. Und das dazu. Oh. Da ist jemand fündig geworden. Dankeschön. Dankeschön. Asch mit deinem Dieb. Die haben es echt auf unseren Laden abgesehen, ne? Diese Kerle. So. Ich sehe dich, Kerle. Und hab dich. So geht das nicht. So. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. So. So. Und die letzten beiden Sachen. Hm. Ha. Da war ihm gerade irgendwas zu teuer. Keine Ahnung. Danke. Dankeschön. Danke. Oh, das ist toll. Nichts. Guck mal so. Bei dem einen scheint er auch wütend zu sein. 70 ist zu teuer. Für sowas mit 50. Da ist schon wieder so ein Dieb. Na. Du bist ein Fisch. Krieg dich schon, du Gauner. Und das nix mit Städten. Asch. So. Nimm mal diese Gauner. Ähm. Jo. Es wäre gut, wenn sie die beiden da noch kaufen würden. Erbarmt sich jemand. So. Okay. Die Omi hat Angst vor dem Dieb. Das war jetzt nicht so super. Ähm. So. Vielleicht haben wir noch Glück. Nein. Ist immer noch zu teuer. Alter. Ah. Kann ich es aber unbedingt haben. Ja. Sehr gut. Gerne. Und hier. Ah. Böse. Gucken wir es auch mit 500. Ja. Übertreib halt gern. Scheint wäre das gewesen zu sein für heute. Oh. Nicht schlecht. 15.840. Ja. Das können wir, glaube ich, stehen lassen. Im Beutel haben wir auch nichts mehr. Ich würde nur gern wissen, wie man den Rucksack upgraden kann. Ob das überhaupt geht. Das wäre halt schon cool. So. Ein Bett, so wohlig warm, dass du dich auch nach dem Aufstehen noch behütet fühlst. Hm. Mehr Trinkgeld wäre interessant, ne? Ich glaube, nehmen wir das. Ja. Fast. Eine bessere Kasse. So. Wie könnten wir denn den Dungeon gehen? So. Tap, tap, tap. Und wir sind schon wieder da. Hui. So. Mal schauen, wie es uns dieses Mal geht. So. Wenn jemand was treffen würde, wäre es schon besser. Voilà. Und der hat gar nicht so wenig getrunkt. So. Gut. Na, nimm. Ja. Schön. Schöne Beute. Aha. Brauchen wir noch nicht. Schlitz, 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 schlitz. Jawohl. Sehr gut. Das ging gut. Und zack. Sehr gut. Und zack, zack. Passt. Fein. Da haben wir sonst nichts. Dann gehen wir wieder. Hoppala, hoppala. Ja, können wir eigentlich. Ah, nein, nehmen wir noch alles. Okay. Okay, ich dachte, er hält das zusätzliche auch, was wir haben. Aber dem ist nicht so. Passt. Gut, das nehmen wir alles mit. Und weiter geht's. Aha. Gut, um auch lieber. Komm, haut drauf. Unfassbar. So, einmal heilen. Passt. Alter. So, muss das ausschauen. Na klar. Was sind wir da drin? Ja, das ist gar keine schlechte Truhe. Tap, tap, tap. Sehr gut. Und einmal trinken und weiter geht's. Da. Da sind wir da. Fiti Fisch. Okay, da geht's alles weiter. Aha, da rum geht's weiter. Hier. Oh, kommst du nachher. Zack, zack. Zack. Na. Nein. Halt, 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 halt. Nee. Und gut. So, und wo ist jetzt das Portal? Ah, da oben. Ich hab da was übersehen. Hoppala. Hier. Ah ja, jetzt können wir mal. Ach. So. Sehr gut. Passt. Erledigt halt. Mitnehmen. So, ist gut. und weiter geht's. Haben wir noch Platz? Ja. Geht's ja aus. So. Dann schauen wir mal. Au. Jawohl. So. War auch gar nicht schlecht. Mhm. So. Ähm, das würde ich sagen, platzieren wir da hin. Das platzieren wir da hin. Ähm. Das hauen wir weg. Dann können wir das mitnehmen. So. Voll sind wir wieder. Ja. Voll, 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 voll. Ja, hauen wir wieder ab. Ein paar Unblinker drauf. Als wenn's möglich wäre, die größere Tasche war schon cool. Und zur Stadt. Und gesperrt ist es auch. Jo, da bei mir jetzt da gerade, äh, ja, mein Mann gesagt hat, das Mittagessen wäre fertig, ähm, und wir gerade so toll speichern konnten, wärmer, glaube ich, den Part hier beenden und dann, äh, beim nächsten Mal weitermachen. Ist zwar extrem kurz im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt hatten, aber wurscht, ist vielleicht für euch auch ein bisschen angenehmer. In dem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.